Kleine Tanne, ja. Nicht kleine Tanne, eine Tanne. Wieso da eine Tanne steht? Ich hab kleine Tanne und dachte, du meinst die Saplings. Nein, ich mein die Tannenblätter. Blätter. Blätter, nicht Letter. Ich sagte Blätter. Ach so. Soll ich mal probieren, um auf Skype zu wechseln? Ja, ich denke, das könnte eine gute Alternative sein. Nun gut, lass mich kurz mein Skype erneut öffnen. Gut. F11. Nimm es doch genau auf. Ja. Gut. Wir werden uns jetzt kurz nicht hören, denn ich werde Mumble schließen. Okay. Auf Wiedersehen. Bis gleich, Gregor. Peace on you. Son of a bitch. You son of a bitch. Each. Scheiß Fagelschleife. Hey, Wab! Hallo, Gregor. Hallo. Qualität ist wie? Gut, kannst du mich hören? Ja, kann ich hören. Gut. Du bist viel besser als bei Mumble. Also, du bist nicht besser, aber du hörst dich besser an. Also, Skype macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Wenn du das gedacht hättest. Nee. Gut. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Mhm. Wie spät ist es denn schon? Ach so? 3, 4, 8. Wissen Sie, wie spät er ist? 5 vor unsichtbar. 5 vor unsichtbar. 5 vor unsichtbar. Oh no. It's a bad third day. Boah. Oh Gott, das war das. War es gar nicht so schwierig, wie im Skifahren zu tun? Ich glaube, dass das Geräusch mit meinen Lungen erzeugt. Ja, ich habe sowas probiert. Und dann kommt dieses... Ich glaube, hier hinten werden wir das Ganze ein bisschen ein ebnen. Das ist ein guter Platz. Ich glaube, ich gehe ins Tonstudio als Tonmacher. Äh, Dingens. In der Höhle? Nein. Bup, 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 bup. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Ja, das war meine unheimlich schlechten Versuche, Beat zu boxen. Boxen zu bieten. Gregor, bleib bei der schwulen Disco. 1, 2, 3, 3. Okay, komm, hinterher Musik. Oh, dear. Oh, ich sehe gerade, Left 4 Dead hat runtergeladen. Ach, schön. Du messt ihn. Was denn? Ich wollte dir was sagen, aber ich weiß nicht was. Was ist da unten? Nichts, oder? Hier ist eine Höhle. Hier ist Cola. Hier ist Cola. Ich glaube, das ist gut. Scallybob! Was ist? Oh, nööööö. Wie geil. ich habe ich habe gerade ich habe da was wollte ich habe ich machen ich habe keinen platz mehr du hast uns absichtlich her geführt ich muss was trinken das ist diese soundkulisse zu erstellen macht macht einen trockenen gemacht hat eine kühle meine radler meine milch grundsätzlich bitte hau die fucking seitlingern ins bohren damit ich hier einen stein druck danke weißt du ich lebe gesund ich trinke wasser ich trinke auch wasser nein du trinkst radler ja dann habe ich heute getrunken aber momentan trinke ich wasser also ich rede momentan trinke ich wasser natürlich trinke ich jetzt gerade in dem Moment auch wasser du trinkst im Moment Wasser jetzt gerade ja im Moment gerade genau jetzt wie äh ich rede mit meinem Arsch dadurch trinkt man noch kein Wasser du kannst mir viel scheiße erzählen aber nicht das uriniere dich hinfort du Gesäßöffnung ja okay okay baby Baby, geh her. Du machst die Wäsche, Girl. Wir sind verzweifelt. Wir versuchen... Wir versuchen witzig zu sein. Ja, das auch. Und das ist zwanghaft. Und dabei kommt nur Scheiße raus. Schreib dich nicht ab. Die sich sogar Leute ansehen. Wer sich das hier reinzieht, der muss aber auf ärgsten Drogen sein. Oder uns einfach nur mögen. Ach, das war eh nicht so schlecht. Aber gut, ich möchte jetzt hier nicht irgendwas schlecht machen. Wir machen das ja. Wir ziehen das durch. Und wenn es irgendwo auf der Welt eine Person gibt, die sich das hier wirklich anschaut, und dabei ein bisschen Spaß hat... Danke! So lange werden wir das hier machen. Bitte. Ich habe nicht dir gedankt. Sondern den Personen, die sich das hier ansehen und Spaß haben. Dabei. Das ist auch eine Form von Spaß. Ich meine, wir machen uns ja nicht zum Spaß vor euch zum Affen. Das ist alles Strategie. Das ist gewollt. Da wird diese Strategie. Ich will euch den pädagogischen Sinn einer guten Ausbildung klar machen. Wenn ihr nichts lernt, endet ihr so wie wir. Das ist irgendwie, wenn ich sage, du bist ein Prolo, ist das eine Beleidigung. Ja, ist es. Danke. Eine Beleidigung für alle Prolos. Oh! In your face! Ah! Ich wollte ein bisschen Holz ergreifen, sonst bin ich hier schon wieder am Farmen. Ja, dann komm doch mal zu mir! Ja, ich bin so einsam... ... ich bin hier allein... ... das ist groß 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 groß. Aber das ist so einsaam... ... so einsaam... Komm... Hör auf! Das hätte so keiner einen. Du hast ja auch keiner. Äh, wie macht man einen Stuhl nochmal... Ich will, macht man Stuhl... Stuhl... Nein, macht man Stuhl nochmal... Brick Blöcken oder Brick? Brick-Breaken. Oh. Ah, ein Villager-Villager-Somber. Oh, die Zwitser, oh genau. Ach ja. Wie viel Platz hier ist, wenn die Bäume weg sind. Ja, ne. Wirklich. Hm. Lautet vielen. Nicht wirklich, aber ich kenn das. Können wir pennen gehen? Ne, ich mach das noch fertig. Und dann werden wir noch 2 Minuten rumkriegen. Denn dann ist die Aufnahme eh vorbei. Dann ist die Stunde rum. Okay. Haben wir Feierabend. Haben wir fertig. Haben wir ihn gemacht, fertig. Okay, komm, lass dir was Lustiges einfallen. Ein paar Minuten noch zu covern. Mein Taschenrechner würde gestohlen. Das ist nicht lustig. Damit hätte ich rechnen müssen. Dass er gestohlen wird oder meine Reaktion? Warum checkt den Witz keiner? Ich verstehe ihn. Aber... Ich wollte nicht darauf eingehen. Es ist zu lang. Scheiße. Ja, ein Witz kann man nicht zwingen. Der muss kommen. Ähm. Ja. Ich bin vielleicht auch wirklich ein bisschen müd. 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 Oh, ich hab ne Idee. Hm? I follow you. Weg. 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 Äh. Äh. Warte. Es kommt noch. Ja, weißt du was, dann müssen wir... Wir haben noch Quarzen drin. Ja, ja. Viel noch. Viel noch. Dann müssen wir die Stufen überhaupt auch austauschen. Obwohl das Quarzen passt irgendwie mehr in eine Steinhalle oder so. Ja, ich weiß. Aber für den Anfang reicht's. Ja, aber lass uns einfach mal so. Genau. Wie ein riesiger Penis. Nein. Wie ein Milchfluss wäre unendlicher. Milch. Hä? Hä? Milch. Bild. Ich glaube man hat meine Facep submitted gehört, die tat weh. Wow! Kopf trifft... Kopf trifft Tischplatte, nicht? NICH? Hol haben wir denn zwei Minuten rum? Bisschen noch? EeeeeV Alles um dem nur mehr weh tun zu können. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Reden wie Büffische. So können wir das Ding jetzt auch nicht zu Ende bringen. Okay, dann machen wir ein seriöses Outro fürs Intro. Sandwich! Alles ein seriöses Fucker! Okay, machen wir. So, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Stell dich an die Milchseile. Und jetzt reibe deine Haare darin. Das muss dir gefallen, du kleine Bitch. Ja, nein, aber jetzt wirklich. I am literally trying. Lass uns einfach beenden. Okay. Ja, Leute, danke, dass ihr mal wieder zugesehen habt. Man sieht sich beim nächsten Video. Willst du die Rumhuhrerei machen? Nee, ich will die Lass uns rumholen. Okay. Du hast es vergessen. Ich kann dich noch sehen. Oh, tschüss. Leider, man zieht sich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.